Unser Herz schlägt auf der Rennstrecke, wo in Hundertsteln gemessen wird, wo in Hundertsteln gelebt, gedacht und gewonnen wird, wo eine Sekunde eine Ewigkeit bedeutet. Doch manchmal geht es auf der Rennstrecke nicht nur darum, denn Siege entscheiden sich vielleicht in Hundertsteln, aber Geschichte entsteht in Jahren. Legenden in Jahrzehnten, Stilikonen in Epochen. Heute geht es um 90 Jahre Hockenheimring, um neun Jahrzehnte legendären Motorsport. Deshalb feiern wir nicht nur die Vergangenheit, sondern vor allem die Zukunft. Mit einem Fahrzeug, das beides vereint. Die Taikan-GTS-Hockenheimring-Edition. So electrified.